Ich dachte nie im Leben daran, mal mit einem Hund zusammenzuleben. Und dann kam Cody, ein knurrender Streuner aus Rumänien. Keiner wollte ihn adoptieren, aber für mich sprach sein Blick Bände. Was hat Cody in seinem Leben schon alles durchgemacht? Hier hat er mit seiner früheren Hundefreundin Blanche jahrelang gelebt. Sie wurden zwar beide gerettet, aber getrennt in verschiedene Länder gebracht. Würden Sie sich gerne wiedersehen? Diese verrückte Geschichte möchte ich euch gerne erzählen. So, Plato sagte, der Hund war der richtige Philosophie. Die Hundefreundin können uns manchmal, was der echte Liebe ist. Würde ich mir vorstellen, was für Blanche die beste Dinge zu tun ist? Ich frage mich, kann ich Cody die Freiheit geben, die er braucht? All animals deserve much better than humans do for them. Welche Rechte sind wir bereit, Tieren zuzusprechen? If we could be a little bit more like dogs, we have no problems.